Hallo! Also ich bin jetzt zurück von der Buchmesse und wie man ein bisschen hört, bin ich ziemlich erkältet und deswegen kommt die Woche jetzt auch erstmal kein anderes Video, sondern nur dieses Video hier. Aber ich dachte mir, bevor ich einfach nur erzähle, dass ich krank bin, wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass bei dem Elmenwald-Video, was ich ja vor knapp zwei Wochen hochgeladen hatte, eigentlich in der Beschreibung noch ein Gewinnspiel angegeben war, was ich aber halt nicht im Video angegeben habe und deswegen ist es glaube ich so ein bisschen untergegangen. Deswegen wollte ich darauf jetzt noch mal hinweisen. Ich wollte gerne die Überraschungstüte, die ich im Elmenwald-Store bekommen habe, verlosen bzw. eben eigentlich den Inhalt einzeln verlosen. Mal gucken, vielleicht verlose ich es auch ganz, je nachdem wie groß der Andrang ist, denn bisher hat sich eigentlich nur einer dafür interessiert. Ja, die Voraussetzung, dass ich die Verlosung mache, war, dass ich 25 Abonnenten insgesamt bekomme und dass das Elmenwald-Video mindestens 150 Klicks bekommt, was mittlerweile sogar schon passiert ist. Das sind jetzt gerade aktuell 156 Klicks, also supi. Und ich habe jetzt mittlerweile auch schon 18 Abonnenten, das heißt, es fehlen noch sieben, also abonniert mich. Ja und die weitere Voraussetzung war, dass die Leute, die halt Interesse an dem Inhalt der Tüte bzw. einem gewissen Inhalt der Tüte haben, die sollten einfach noch mal in die Beschreibung von dem Elmenwald-Video, was ich hier in der Beschreibung auf jeden Fall noch mal verlinke, reinschreiben, was die denn aus der Tüte interessieren würde. Wie gesagt, je nachdem, wie es dann am Ende aussieht, wird entweder der ganze Inhalt an eine Person verlost oder eben einzeln oder vielleicht splitte ich es auch auf in zwei Tüten oder so, mal gucken. Ja, ich zeige gerade noch mal, was da alles drinne war, dass ihr dann auch noch mal so einen Anhaltspunkt habt, was ihr da so angeben könnt. Einmal war da hier dieses Elmenwald-Tieste, das war eigentlich nicht in der Überraschungstüte drin, aber das habe ich halt so extra bekommen, deswegen wollte ich es hier halt noch mal so mit angeben. Das ist jetzt eine Größe L, sieht man das überhaupt? Ja, da oben ist L. Ist also schon relativ groß, mir ist es viel zu groß und ja, wer da Interesse dran hat, schreibt es. Wie gesagt, in die Kommentare von dem Elmenwald-Video, ihr könnt es natürlich auch hier in die Kommentare schreiben, ich meine, das sehe ich ja theoretisch auch, aber besser wäre es, wenn ihr es in die Kommentare von dem Elmenwald-Video schreibt. Dann einmal hier dieses Hobbit-T-Shirt mit halt dem Hobbit-Logo auf der Karte und hier noch mit so Smaug und sowas. Das ist auch eine L, alles relativ große T-Shirts. Dann war drinnen, ich darf es nur nicht jetzt kaputt machen, dieses Trinkglas von Tarantino von Pulp Fiction. Ja, es gibt bestimmt einige Fans unter euch. Ich bin kein Fan, ich habe den Film tatsächlich noch nie gesehen. Egal. Und dann war noch drinnen, einmal dieses, diese Kette von Batman, wer da Interesse dran hat, und dieses, ich glaube, es ist ein Energy Drink, dieses Punch, nee, Space Punch von Star Wars. Ja, wer da Interesse dran hat, dann ist die Tüte auch schon leer, dann ist nur noch dieser Gutschein, ach, es sind sogar mittlerweile zwei Gutscheine drin, weil ich die von meiner anderen Tüte auch reingeworfen habe. Ja, könnt ihr von mir das auch gerne mithaben, falls das irgendjemand interessiert. Genau, das ist Gewinnspiel Nummer 1 und ich habe jetzt tatsächlich sogar für das LBM-Video auch nochmal ein Gewinnspiel. Ich werde es wahrscheinlich dann in dem LBM-Video auch nochmal ansprechen, aber dadurch, dass das wahrscheinlich erst nächste oder sogar erst übernächste Woche rauskommt, ja, schauen wir mal, wie das so ist. Ich habe nämlich mir vor Ort auf der LBM von denen hier Plüschtiere gekauft. Die man, sieht man sie? Nee, man sieht sie nicht, sie sind da etwas weiter auf der Seite. Die präsentiere ich dann aber auf jeden Fall nochmal in dem LBM-Video. Und darunter gab es das Maskottchen noch als extra Plüschtier dazu. Und ich dachte mir so, weil es nicht so unbedingt meins ist, das ist zwar ganz süß und das ist auch sehr flauschig und so, dachte ich mir einfach, dass ich das dann so als kleines LBM-Extra verlose. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich das mache, aber das entscheide ich dann auf jeden Fall in dem LBM-Video. Aber dass ihr das schon mal wisst, kommt noch ein Gewinnspiel. Also, wer da Interesse daran hat, abonniert mich. Es kommt dann auf jeden Fall in dem LBM-Video, was dann halt nächste oder übernächste Woche kommt, je nachdem, wie gesund ich dann bin. Ja, dann hoffe ich, dass euch dieses kurze Zwischenvideo nochmal gefallen hat. Es tut mir voll leid, dass jetzt schon wieder zwei Wochen irgendwie nur so ein Krams kam und kein richtiges Video. Aber ja, ich bin halt jetzt wirklich relativ erkältet. Ich habe gestern eigentlich nur den ganzen Tag hier auf meiner tollen Couch gelegen und Fernsehen geguckt. Also, ja, ich hoffe, dass es mir bald wieder besser geht und dann wird auch fleißig wieder weitergeschnitten. Ansonsten, ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dürft ihr mir natürlich auch gerne wieder einen Daumen hoch geben und ihr dürft mich natürlich auch immer abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ja, ich denke, jetzt fängt halt die Kon-Saison gerade wieder so langsam an. Da werden auf jeden Fall noch einige Videos so ein bisschen wie dieses Elbenwald-Video eben kommen, also wo man so eine kleine Übersicht über diesen Tag bekommt, wie so ein Vlog. Das wird jetzt auch von der LBM denn eben demnächst kommen und die nächste Kon-Auf, der ich bin, kann ich ja schon mal sagen, wird dann wahrscheinlich die Dokumi sein in Düsseldorf an dem Pfingstwochenende, glaube ich. Falls mich da also jemand treffen mag, ich bin theoretisch das ganze Wochenende in Lolita-Klamotten da, also sollte man mich theoretisch erkennen, nicht so wie ich jetzt hier so gammlig sitze. Ja, und ansonsten, ja, Daumen hoch, Abo nicht vergessen, Video gerne verbreiten, gerade auch bei dem Elbenwald-Video, damit da vielleicht noch ein paar neue Leute dazukommen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dann nächste oder übernächste Woche. Tschüssi!